Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Alfred Hitchcock Vertigo. Ja, mittlerweile sind wir nicht mehr alleine hier. Wir haben unsere, zumindest aus unserer Sicht, spätere Frau bzw. Freundin kennengelernt in der letzten Folge. Wir sind da zurückgereist ein Jahr in der Zeit und das ist Faye. Hat sich verwundert, verletzt beim Wandern, sich ein bisschen den Fuß da hinten verstaucht, den Knöchel. Haben wir da in der letzten Folge auch ein Coolpad gebracht und mittlerweile, sie fühlt sich anscheinend sehr wohl hier bei uns. Gut, das glaube ich auch. In diesem Luxushäuschen ist sie ein bisschen eingenickt, glaube ich. Sie pennt gerade und wir haben mittlerweile mehrere Ziele und zwar ihr Handy aufladen. Wir haben ja oben schon die Ladefläche gefunden und auch, dass ihr nicht kalt werden darf. Also da sollten wir gerne mal gucken, dass wir vielleicht die Katzendecke darüber bringen. Aber ich würde mal sagen, zuerst gucken wir uns nochmal sie an. Okay, da kommt genau dasselbe nochmal. Es wird ihr kalt und das sollten wir auf jeden Fall verhindern. Wundert mich ein bisschen, ganz ehrlich. Wir kennen die Frau nicht, sie kennt uns nicht. Also zumindest glaube ich das. Kommt hier in unser Haus rein und innerhalb von fünf Minuten pennt sie schon ein. Na komm. Nimm mit die Decke. Nein. Petronius die Decke geben oder Petronius verscheuchen? Da muss ich ein anderes Plätzchen suchen. Komm schon. Hau ab. Komm schon. Hopp. Weg. Gut, das hätte man vielleicht ein bisschen anders auch lösen können. Wir hätten ja vielleicht auch irgendwo eine zweite Decke noch gehabt. Jetzt hat sie die ganzen Katzenhaare auf sich, aber besser als nix und den Staubsauger haben wir ja auch. Also von dem her können wir ja da auch ruhig mal dann wieder ein bisschen durchputzen, wenn dann wieder alles beim Alten ist. Petronius, wo bist du denn jetzt? Ist der jetzt eh nicht sauer hoffentlich auf uns? Ich guck mal ganz kurz. Der sollte ja theoretisch, da hinten sitzt er wieder. Mal gucken, ob wir mit dem vielleicht irgendwie was machen können. Du süßes Ding, du. Nö, der wirkt nicht sauer. Da ist alles in Ordnung. Sehr schön. Okay. Ach guck mal, da draußen ist ein schöner Grill. Also der hat schon hier eine geile Bude. Definitiv. So, mal nach oben. Und dann das Handy aufladen. Face-Handy aufladen, auf neue Nachrichten prüfen. Ich hoffe, wir prüfen unser Handy auf neue Nachrichten und nicht Face. Wie ich sehe, hast du die Nachricht gelesen. Du willst mir wohl nicht antworten. Meine Freunde haben mich vor dir gewarnt. Schön. Scheiß auf den Ohrring. Okay, das ist anscheinend irgendwie eine frühere Bekanntschaft oder sowas, die möglicherweise bei uns zu Gast war und hier einen Ohrring vergessen hat. So, und dann legen wir mal Face-Handy dazu oder tauschen die Handys aus. Mal gucken. Okay, geht eh viel weiter. Sehr gut. Ist immer ein cooles Ding. Also ich glaube, das nächste Handy, was ich mir zulege, wird auch wieder so eins mit Induktionsfläche. Ich habe nämlich damals nur geschaut, dass mein Akku lange hält, weil der schon richtig schlapp gemacht hat vom letzten Handy. Mittlerweile ist das aber auch schon wieder, ich glaube, so drei Jahre alt, mein Handy, das ich derzeit habe. Und ich würde ganz gerne, ich habe so eine Induktionsladefläche, aber ich kann die halt nicht nutzen. Aber ich habe mir mal gedacht, irgendwann mal bekomme ich schon wieder ein Handy oder hole ich mir schon wieder ein Handy mit Induktionsladefläche. Und das sieht schon wirklich geil aus. Vor allem, das ist eine riesige Fläche, da kann man mehrere Handys drauflegen. Face-Handy ansehen. Ansehen ist eine Sache. Draufgucken und dann wirklich dort irgendwie durch die Nachrichten stöbern eine andere. Wir sehen uns und einfach mal an von außen, bitteschön. Das dauert noch ein Weilchen. Okay. Oder wir sehen uns das auch gar nicht an. Das ist dann die bessere Alternative, würde ich sagen. Na gut, wir haben das Handy angehängt, beziehungsweise auf die Ladefläche gelegt. Jetzt haben wir auch dafür gesorgt, dass ihr da unten nicht kalt wird. Wir haben einen schönen Blick auf sie, da unten liegt sie. Dann können wir uns jetzt wieder hinsetzen und die nächsten Absätze schreiben. Zum Arbeiten hinsetzen, Arbeit weiter hinausschieben oder erneut lesen. Ich würde sagen, wir haben alles geklärt, was wir klären sollen. Wir haben alles angeguckt in unserer Luxusbude. Dann können wir jetzt ein bisschen weiterschreiben. Und mittlerweile ist es Nacht geworden, so wie es aussieht. Ed, bist du da? Nee, bin schon weggegangen. Ich bin oben. Wie geht's dir denn? Ich komme gleich runter. Ich bin hier. Die Treppe hoch. Ach, super. Ich dachte, du bist weg. Hey, das Eis hat geholfen. Mein Knöchel ist fast wie neu. Das heilt bei dir aber schnell. So ist das immer bei mir. Ja, übrigens, danke für die Decke. Dank lieber Pat. Es ist seine Decke. Die gehört dem Kater? Mutig. Eine frierende Frau ist besser als ein genervter Kater. Außerdem wird mir meistens schnell wieder warm. Hast du schon was gegessen? Ich hab Hunger. Ich mach dir was, bediene dich. Ich werd was bestellen. Na gut, wir kochen ja selbst nicht, haben wir grad gesagt. Also von dem her sollten wir vielleicht für uns beide was bestellen. Denn wir haben ja auch ganzen Tag nur gearbeitet da oben. Und ich denk mal, Essen geht immer. Ich kann irgendwas online bestellen. Irgendwas? Das ist mein Lieblingsessen. Spezialität des Hauses. Hab ich gestern bestellt. Und vorgestern. Im Kühlschrank könnten sogar noch Reste sein. Reste? Ich liebe Reste. Ich schau im Kühlschrank nach. Bestell bitte nichts. Bestell bitte nichts. Ekel oder Furcht? Passt beides gerade nicht so zur Situation. Aber wenn, dann schon die Furcht eher als der Ekel. Landet ein Geier auf meinem Arm, wird mir klar, dass sowohl der Doktor als auch meine Kinder lügen. Oh Gott, das ist ja, was ist denn das hier für ein Bücher? Das versteht ja keiner. Unterwürfig verängstigt oder verletzt? Der Schnabel des Geiers trieft vor Blut. Ich sehe meinen aufgerissenen Bauch. Ich falle. Ich krieche in Richtung meiner Kinder. Und bin am Boden zerstört. Der Krebs hat sich Zeit gelassen, flüstert mir das Älteste ins Ohr. Das hast du ja ganz fein gemacht. Fein, freut sich das Jüngste und klopft dem Geier auf den Rücken. Ein gruseliges Buch auf jeden Fall. Da sieht jemand zufrieden aus. Na, unterbreche ich da gerade was? Pornos? Reste? Pornos. Das ist etwas... Ich schreibe da was. Oh, du schreibst? Was schreibst du denn, Ed? Die macht sich schon ein bisschen ran, oder? Kommt das nur mir so vor? Seit Jahren gar nichts. Ich bin mir noch nicht sicher. Wenn ich es dir erzählen würde, müsste ich dich umbringen. Ich glaube, wir wissen es selber noch nicht so ganz genau. Ohne Scheiß? Keine Ahnung. Äh, keine Ahnung, wohin die Reise diesmal gehen soll. Naja, hier. Falls du unterwegs Durst kriegst. Ah, war ne gute Idee. Sagen wir einfach, dass ich mich so bedanke. Ein Trinkspruch? War ne gute Idee, den Wein dort rauszustellen. Sehr gut, sehr gut. Darf ich fragen, wo du den her hast? Aus deiner Küche. Er stand da so rum. Hm, na wie der da wohl herkommt. Du hast meine Küche geplündert. Ich dachte, du kennst dich mit Wein aus. Du lügst doch, der war in deinem Rucksack. Ich hatte gehofft, du findest das Zeug. Keine Ahnung, die kann doch einen mitgebracht haben. Das kann ja keiner nachprüfen. Wir können dann nur nachgucken, ob da noch sechs Flaschen drin stehen. Hm, ja, wir sind mal ehrlich mit ihr. Wir haben es ja extra deswegen rausgestellt. Hab ja auch genau in der letzten Folge deswegen gesagt, ich denke mal, es läuft auf ein Gläschen Wein hinaus. Oder vielleicht auch auf ein zweites. Ha, hab ich drin gelassen, damit du's findest. Ist nicht wahr. Und ich bin drauf reingefallen? Ich sag's nur ungern, aber ja. Hm, machst du das mit allen, die hier vorbeikommen? Diese Woche waren's schon sechs, sieben, acht. Ich bin entsetzt. Und dann? Stoßen wir an. Die macht uns an, definitiv. Willst du sonst noch was wissen? Frag. Du hast Zeit, bis mein Glas leer ist. Je gewagt er die Frage, desto größer der Schluck. Was machst du so? Was treibst du hier in Carol Lake oder wie alt bist du überhaupt? Alter Fragen sehe ich zumindest kein Problem dabei. Aber wir fragen mal, was machst du so? Weniger bist du überhaupt? Ich will dir jetzt nicht die klassische Frage, arbeitest du oder studierst du, stellen, aber arbeitest du oder studierst du? Weder noch. Hab grad meinen Abschluss gemacht. In? Psychologie. Ah. Hm. Kleiner Schluck. Hab das Gefühl, das Glas wird nicht leer. So, und was treibst du hier überhaupt in der Gegend? Außer Wandern natürlich. Was treibst du hier in Carol Lake? Stell dir vor, ich suche jemanden. Wen? Ehrlich gesagt, bin ich nicht sicher. Hm. Kleiner Schluck. Mhm. Okay, du hast noch eine. Mach das Beste draus. Okay, Alter, können wir gar nicht mehr fragen. Wohnst du in einem Hotel? Was hast du heute Abend vor? Willst du hier übernachten? Mach das Beste draus. Ich glaube, das ist ein Angebot. Ich muss schon lachen. Man hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich glaube, das ist ein Angebot. Was hast du heute Abend vor? Ist jetzt natürlich die Frage, wohnst du in einem Hotel? Wäre so die Frage, um uns irgendwie rauszureden. Ich meine, ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn sie hier bleibt. Muss ich sagen. Auch für ihn denke ich mal nicht. Aber ich denke mal, wo uns dann ein Hotel ist, ist eher so die Sache, um uns da jetzt rauszureden. Um quasi zu sagen, okay, wir können dich ja dorthin bringen, es ist schon spät. Komm, ciao, ciao. Nehme ich nicht. Was hast du heute Abend vor? Ist dann eher so das Mittelding? Also, das ist jetzt natürlich nur eine Annahme, was passieren könnte, wenn wir das wählen. Würde meiner Meinung nach darauf hinauslaufen, dass sie vielleicht ein Angebot macht, hier zu bleiben. Und da ist eben die Frage, ob sie dieses Angebot macht. Ich meine, die ist ja eigentlich in unserem Haus. Und ich weiß nicht, ob sie von sich aus dann sagen wird, ich bleib heute einfach hier. Ich gehe gar nicht mehr. Da sollte vielleicht doch die Initiative eher von uns kommen. Wobei hier natürlich auch wieder das Problem sein kann, dass sie da vielleicht gar nicht drauf einsteigt. Ich meine, vielleicht täusche ich mich auch und sie will auch gar nicht flirten, aber es kommt mir zumindest so vor. Ich bleib mal beim Mittelteil. Oder soll man das hier nehmen? Ach komm, wir gehen aufs große Ganze. Möchtest du über Nacht hierbleiben? Deckst du mich zu, wie beim letzten Mal? Oder noch besser. Versprochen. Wörter. Jetzt verstehe ich deine Wortgewandtheit. Wolf, Beers, Plath und Poe. Alles tragische Todesfälle. Sollte ich Angst haben? Mein Lieblingsbuch fehlt. Der Sohn des Roten Korsaren. Emilio Salgari, stimmt's? Mhm. Wie ist er gestorben? Äh, Selbstmord. Ich sollte Angst haben. Schau an. Einer lebt noch. Ich bin gerettet. Du magst Ed Miller? Du magst Ed Miller, du nicht? Ich find den super. Der ist ein Idiot. Was glaubst du, warum das da steht? Der ist super. Finde ich auch. Also, zudem hab ich sogar ne Geschichte. Also, was gibt's denn da für eine Geschichte? Eine schlimme. Oh. Hm. Hat er dich sitzen lassen? Hat er dich ausgenutzt? Hat er dir den Wein geklaut? Oder hat er dir wehgetan? Vier blöde Fragen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das mit dem Wein ist vielleicht ein bisschen zu offensichtlich, wobei wir ihr ja schon gesagt haben, dass wir Ed heißen. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt ein Name, der nie vorkommt. Also, es kann ruhig auch sein, dass er hier ein Buch von Ed Miller ausgestellt hat, in seiner Büchersammlung, und selbst halt auch Ed heißt. Aber wir fragen mal, was passt denn da am besten überhaupt? Äh, ich würde mal sagen, mit dem Sitzen lassen. Nehmen wir das mal. Hat er dich aufgerissen und dann sitzen lassen oder so? Was? Nein. Ich war vielleicht 13. Ich war wie besessen von diesem Buch. Also, der Billigausgabe. Ich hatte gehört, dass er eine Signierstunde bei Rosemore Books gibt. Ich hab mich krankgestellt, um die Schule zu schwänzen. Meine Eltern haben's nicht geglaubt. Ich wollte während der Pause abhauen und wurde erwischt. Nach der Schule bin ich so schnell gerannt, dass ich mir den Absatz abgebrochen und den Knöchel umgeknickt hab. Kommt einem ja bekannt vor. Aber ich hab's geschafft. Ich hab mich angestellt und gewartet und gewartet. Und als nur noch drei Leute vor mir waren, da kam so ein älterer Typ. Sein Verleger, glaub ich. Weiße Haare, weißer Anzug. Bist du immer noch hier? Was ist mit dem Radiointerview? Und er hat ihn mitgenommen. Ende. Hab nicht mal sein Gesicht gesehen. Der Hausarrest tat mehr weh als der Knöchel. Aber die Enttäuschung war am schlimmsten. Wer auch immer, 13 Jahre alt. Und jetzt ist die Frage, ob diese Geschichte auch was Wahres dran hat oder ob sie das vielleicht einfach nur so erzählt jetzt hier gerade, weil das hier einfach gerade eingefallen ist. Aber das war so detailreich und so. Ich glaub gar nicht, dass das irgendeine Erfindung war. Das kann schon passiert sein. Du hast dein Gesicht nie gesehen, das mit dem Knöchel war Karma. Ich glaub, das kommt am besten rüber. Dann könnte man sagen, jetzt siehst du sein Gesicht und dann wow, du bist das, cool. Das nimmer. Du hast wirklich nie sein Gesicht gesehen? Er hat die ganze Zeit runter auf die Bücher geschaut. Und da standen Leute im Weg. Und du hast sonst auch nie ein Foto von ihm gesehen? Online oder in der Presse? Vielleicht. Weiß ich nicht mehr. Dreh's mal um. Nein. Ja. Nein. Ja. Natürlich. Das Erste, was du gesagt hast, war das Duett heißt. Siehste? Ich, ich muss mir das mit eigenen Augen... Ah! Pedronius, was hab ich dir gesagt, ha? Sorry, dein, dein Knöchel. Schon gut, schon gut. Ich glaube, der mag mich nicht. Er mag generell keine Frauen. Er ist rechtbesitzergreifend. Oh, also hast du sehr oft Damenbesuch? Ja, schon so täglich. Jede Menge Wanderer mit windigen Ausreden. Jede Menge, aber ich mach die Tür, die, nicht, äh, was, aber ich mach die Tür nicht auf, nur mein Nachbar, Mr. Franklin. Mr. Franklin, als Damenbesuch. Äh, wir nehmen mal, wir nehmen mal die lustigste Antwort. Das ist irgendwie so eine Antwort, die würde ich auch nehmen. Ja, jede Menge Wanderer mit windigen Ausreden. Das wäre so meine Antwort. Jeden Tag kommt hier ein Wanderer mit einer anderen Ausrede an. Umgeknickt, was verstaucht, gestern zum Beispiel, Hepatitis. Hepatitis, warum ist mir das nicht eingefallen? So sexy. Wie auch immer. Ich bin 23. Ich lern's nie. Erinnerst du dich noch an das Lied, das Basta am Ende des Buches singt? Ist von mir. Ist die Musik von dir? Ist ein Buch, äh, das kann man nicht hören. Ich schon. Was? Wa- Nein. Äh, nein. Sing! Von wegen. Ja, sing! Nein, nein! Bitte. Sing! 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 Du schuldest mir noch was für das Essen. Gab ja gar keins. Ich bin mir sicher, du kannst toll singen. Ich werde das Buch singen gehen. Oder ich wollte das schon immer mal hören. Du hast eine wunderschöne Stimme. Ich bin mir sicher, du kannst toll singen. Ich bin mir sicher, The bitch in you hates all that you are But when we are together, we hate each other twice as much That's the reason why we will never part Which goes to show you how bitchy we are I never meant to cause you any harm Because darling, you need no help without But it's so fucking funny To see how you destroy your life Or in your case To see how I wreck mine Hä, was soll man da jetzt machen? Scheiße Achso Hä? Charakteraktion Na, lass dann mal jetzt gerade oder wie gerade jetzt, wo's losgeht Bewege die Maus und lass dabei die Maustaste gedrückt, um die Bewegung auszuführen, das Symbol angibt Hätte man das nicht irgendwann vorher schon lernen können, dass wir jetzt Bescheid wissen? So What a waste it be if we didn't team up Which goes to show just how bitchy we are And then we're gonna do it for you So 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 Untertitelung des ZDF, 2020